Wochenhoroskop Deine Sterne vom 13. bis zum 19. Juni In welcher Konstellation stehen die Planeten zu deinem Sternzeichen? Hier kommt das Wochenhoroskop für alle 12 Sternzeichen. Steinbock Alles Kreative läuft wie von selbst. Du hast mit deinen Ideen Erfolg. Wassermann Aktuell verfügst du über große mentale und körperliche Stärke. Merkur kurbelt deine grauen Zellen an und macht dich wach. Fische Du willst hoch hinaus und steckst voller kreativer Ideen. Doch auf dem Weg nach oben ist mehr Diplomatie gefragt. Widder Mars hilft überzeugend zu sein und bringt bei der Finanzplanung einen guten Durchblick. Stier Venus liefert inspirierende Impulse für kreative Köpfe. Du entwickelst gute Ideen. Spillinge Mars versetzt dir einen Energiekick, der dabei hilft, selbst ehrgeizige sportliche Ziele zu erreichen. Krebs Mars läuft quer, da erfordern viele Kleinigkeiten spontane Lösungen. Prima ist, beim Modeshopping findest du ein Schnäppchen. Löwe Starke kosmische Impulse bringen Power für anspruchsvolle Aufgaben. Selbst komplizierte Probleme löst du klug und mit viel Ausdauer. Jungfrau Venus bietet dir und deinem Liebesleben einen Wow-Effekt. Singles wirken charismatisch auf neue Fans. Waage Energiespender Mars läuft herausfordernd. Dein Magen braucht eine sanfte Behandlung. Skorpion Im Job fehlen aktuell die kreativen Impulse. Du trittst ein wenig auf der Stelle und bist von Routinejobs genervt. Schütze Jetzt tut sich was, du wirkst magnetisch. Auch bei Leierten prickelt es intensiv. Auch bei Leierten prickelt es intensiv. man 5 absorbed Bis zum nächsten Mal. Über